Hallo, magst du das nochmal wiederholen? Also ich bin der Guido. Magst du mir deinen Namen verraten? Magst du mir verraten, was mit dir passiert ist? Magst du mir verraten, was mit dir passiert ist? Ja. Im Untergeschoss. Im Untergeschoss? Ist dir was? Magst du mir deinen Namen verraten? Ja, ich bin der Giro. 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 wieder verrückt. Passiert das. Ich will mich nur mit dir mal ganz normal unterhalten. Pferde. Bist du noch da? Bist du noch da? Bist du noch da?